Hallo und herzlich willkommen zur diesjährigen Discounter-Tour bei Sipiro von 11. Ja, wir haben es jetzt noch relativ früh am Morgen. Wir haben inzwischen 6.05 Uhr. Da seht ihr auch, wir haben den 29.12 Uhr. Die Zeit der Planung ist vorbei, also die Prospekte kommen weg. Hier seht ihr meine Discounter-Liste. Zuerst sind wir dann bei Lidl, dann bei Netto, bei Edeka gucken wir noch einmal, Eidi und Netto. Danach holen wir noch eine Bestellung bei Hanse Pyroshows in Quickborn ab und dann sehen wir mal, was insgesamt in der Tour so zusammengekommen ist. Mitnehmen werde ich natürlich mein Portemonnaie mit ein bisschen Kleingeld, mein Handy und ganz wichtig den Autoschlüssel. Da sehen wir uns um 7 bei Lidl wieder. Bis dann und viel Erfolg bei euren Touren. So, ich befinde mich denn jetzt im Auto. Wir haben wieder. So, meine lieben Leute, ich befinde mich dann gerade auf dem Weg zu Lidl. Die Straße dürftet ihr ja schon kennen. So, und dann sehen wir uns gleich wieder. Ich stehe hier jetzt direkt vor Lidl. Ich weiß nicht, ob man es sieht, aber irgendwie sieht das so aus, dass wir selbst die Mitarbeiter es nicht mitbekommen hätten, dass die heute ab 7 Uhr geöffnet hätten. Ich bin mal gespannt, ob da jetzt was kommt oder nicht. Ich bin auch der Einzige, der hier auf dem Parkplatz gerade steht. Also ich bin jetzt echt mal gespannt. Licht ist ja wenigstens an in der Filiale, aber es kann wie gesagt auch sein, dass es sich dabei nur um eine Notbeleuchtung handelt. Mal sehen. ich bin jetzt bei Lidl ruhig. Und gleich im Auto sehen wir dann auch mal, was Lidl geworden ist. Das war das Leuchtspektakel, das Feuerfeger von WECO. Zweimal die aktuelle Charge der Kubis. Dann haben wir zweimal den Burano Vulkan Pink Silver von WECO. Zweimal die Elysium, das ist eine süße, kleine Batterie. Dann haben wir es gleich bei Nettomarkendiscount wieder. So, dann bin ich jetzt auch bei Nettomarkendiscount angekommen und dann sehen wir mal, was es dort so Nettes gibt und ob wir auch dort etwas finden. Bis gleich, meine lieben Leute. Danke. Jetzt fahren wir noch einmal zu Jedeka, aber da möchte ich hauptsächlich nur Kuchen und was zu Essen mitnehmen. Wir sehen uns dann in ein paar Minuten wieder. Jetzt stehe ich hier bei Eidi und Jedeka auf dem Parkplatz. Bei Eidi sind wir uns ja gleich um 8 Uhr wieder und jetzt gehe ich aber bei Jedeka gucken. Vielleicht haben die ja was Nettes und nehmen mir nebenbei noch Brötchen mit. Ich hoffe, euch hat die Tour bis jetzt gefallen und wir sehen uns dann gleich mit der Ausbeute von Edeka oder dem Brötchen wieder. Und Wunder, Wunder, bei Edeka gab es doch noch was Schönes. Es gab den Hot Uni-Beutel von Komet. Das ist ein richtig großer Böllerbeutel. Als Beispiel einmal die Elysium-Batterie aus dem Beetle. Also die ist echt Mini im Vergleich dagegen. Der ist echt sauggroß. Und die noch richtig schöne fette Brötchen mit richtig geiler Wandung. Ich glaube, die knallen noch richtig. Ja, da sehen wir uns gleich um 8 Uhr bei Eidi wieder. Und ja, das ist die Ausbeute bis jetzt. So, wir haben jetzt kurz verhacht und ich stehe jetzt vor Eidi und mal sehen, was wir da dann so schönes rausholen. Wir sehen uns dann gleich draußen am Auto wieder. So, ich glaube, heute sind wir schon 8.90. Oh, weiss! Ich habe es auch in Ladensgeträgen und zu einem Material ist es für euch schon zusammengekommen. Also gucken wir einmal kurz was wir so haben. Den Dynamite Deck für den Mellertest, 6x die Poison, eine Calypso-Neuheit, die ist dabei und den Schweizer Vulkan Rising Stars in der Blinker-Variante, den wollte ich auch mal austesten. Dann sehen wir es gleich beim Netto mit Hund, der ja bekanntlicherweise Niko hat, wieder. Jetzt bin ich bei meinem letzten Discounter auf meiner Discounter-Tour angekommen. Netto mit Hund und diese führen ja bekanntlicherweise Niko. Mal sehen was wir hier so schönes kaufen werden, bis gleich. Vielleicht klappt es ja auch wieder im Laden zu filmen. So, jetzt war ich auch bei Netto mit dem Hund. Drinnen war leider kein Film möglich, deswegen zeige ich euch so was ich gekauft habe. Hier haben wir dann zweimal das Top Explosion Familiensortiment. So sieht es aus. Es ist einfach klein gefüllt und keine Knallärzung. Und zwar war die Covity-Batterie, welche praktisch gesehen gleich mit der Nisium ist, aber noch Bokehs am Ende hat. Mal sehen wie diese so ist. Ja, dann sehen wir uns demnächst in Quickborn wieder, wenn wir noch eine Bestimmung beim Feuerwerks Discounter oder Hanse Pyroshows abholen. Bis gleich meine lieben Leute. Ähm, jetzt bin ich spontan noch einmal zu Rewe gefahren, aber dort will ich wirklich nur gucken, weil hier sind einfach die meisten Produkte komplett überteuert. Dann sehen wir uns trotzdem gleich draußen wieder oder drin. Ich weiß noch nicht. So, bei Rewe gab es leider nichts ordentliches und die waren jetzt auch noch über eine Stunde nach der eigentlichen Öffnungszeit am Aufbau. So sind es dann zwei Flaschen erdinger Alkoholfrei geworden. Das ist meiner Meinung nach mit das Geiztee Isotronische Bier überhaupt. Also, kauft euch das. Absolute Kaufentwicklung 2015. Ja, so sieht übrigens die Ausbeute aus den Discountern diesjahr bei mir aus. Ähm, hier haben wir ein paar Veko-Aquila, Vulkane von Veko und kleinere Veko bei Ihnen. Und ein Thinamide Pack. Ein Riesen-Chromete-Sortiment. Als Beispiel, das ist meine Hand. Ähm, Leuchtkram von Veko. Leuchtspektakel. Feuerfeger. Ähm, super Knallvergnügen von Keller. Weitere Veko-Vulkane von den Buganos. Ähm, die Kubischen von Veko immer dabei. Die Tiger Dragon aus dem Lidl. Richtig fette Batterie ist übrigens die Veko Gotcha. Ähm, ja, wie gesagt, die pinken Bugano von Veko und ein paar Alligatoren. Ja, und ähm, natürlich auch noch das Top-Explosion von Nico mit den fetten Raketen und massenhaft Klein-Tools und relativ wenig Cat 1. Und dazu muss man auch noch erwähnen, dieses Set enthält auch keine Wunderkirzen oder Knallerbsen. Dann sehen wir uns also nachher beim Fachhandel. Wenn wir da eine kleine Bestellung abholen, wieder. So, ähm, bevor es dann gleich weiter mit dem Fachhandel geht, zeige ich euch einmal, ähm, was ich mir dann gleich dort abholen werde. Ähm, zweimal die Vogelschreck-Batze von Blackbox. Einmal die Sunday King-Batterie von Jorge. Neuheit, dies Jahr auch, salut. Zehn Schachteln Flashback. Und einmal The King, der natürlich auch dann im diesjährigen Böller-Test dabei sein wird. Ähm, und mal sehen, was dort nebenbei auch noch im Lager so verkauft wird. Vielleicht nehme ich noch eine VE von irgendwas mit. Mal sehen. Wir sehen uns dann gleich dort wieder. Und vielleicht darf ich dort auch filmen. Mal sehen, was denn alles so schön ist, dabei ist. So, also fünf Kilometer sind es noch. Und dann sehen wir eben gleich, wie es da so aussieht und wie schön das Gelände in diesem Jahr aussieht. So, also wir sind kurz vorm Ziel. Dahinten ist schon das schöne Gelände. Mal sehen, wie dieses Jahr die Wege und so weiter aussehen. Weil das letzte Mal vor zwei Jahren war es Motta Pampa Pur. Muss ich jetzt einmal so sagen. Und hier vorne beginnt da schon die Zerstörung. Eieieiei. Eieieiei. Ja, es gelingt mir noch nicht mal mehr, die Kamera ruhig zu halten. Tja, weg ist nicht heran. Ja, mal ein super schönes Haus. Schöne Häuser und sonstige Einrichtungen. Ja, wir sehen uns dann gleich wieder, wenn wir drin waren und unsere kleine Bestellung abgeholt haben. Und vielleicht kommt hier noch irgendein anderes schönes Produkt dazu. Und hier sehen wir andere Verrückte, die sich vielleicht auf diesem Video wieder erkennen. Bis gleich. So, da sehen wir das Lager der Begehe, wo meine 1.3G-Artikel auf mich warten. Und ja. So, inzwischen haben wir eine kleine Bestellung bei Hans-Ul-Flochhoes oder den Feuerwehrs-Discounter abgeholt. Und befinden uns. Und befinden uns jetzt auf dem Weg zu Krimmet in Bönningstedt. Dort sehen wir uns dann wieder und sehen dann was. Und das ist dort zu geben. Und nebenbei sehen wir eine in Hamburg landende Condor-Maschine. Und ich vermute von der Oberzeit war, dass diese gerade aus Antalya kommt. Hello. Wir sind ja jetzt bei Krimmet angekommen. Wir werden dann gleich einmal reingehen und sehen uns dann gleich draußen wieder. Und mal sehen, ob wir irgendwas Nettes gefunden haben. Vermutlich da hinten, wo die ganzen Leute sind. Da gehe ich aber auch mal aus. Das ist ja gar nicht mehr so ein großer. So. Bei Krimmet habe ich auch etwas im Laden gefilmt. Und rausgekommen sind dort die Jubilee von Diamond, die Kubi-Tüte von Nico und Schinken D-Böller. Und das hier ist übrigens der Karton vom Feuerwehrs-Discounter. Da gucken wir auch einmal schnell rein. So. Da haben wir ja was schönes von Blackbox, The King, Sunder King for Yorget, Doppelknalle von Explode und Masse nach Flashbang. Ja. Das sollte auch die diesjährige Discounter-Tour gewesen sein. Wir sehen uns dann zu Hause mit einem Gesamtüberblick wieder. Bis später. Jetzt zum versprochenen ersten Gesamtüberblick. Hier haben wir dann also 10, Packung Flashbang. Also was jetzt alles so zusammengekommen ist, inklusive Resten und ohne Donnerbestellung. mehrere Zinkvulkane, maßhaft Zoos, da überall Kleinkram, D-Böller, Schinken, große Batzen, kleine Batzen, Sortimente. Da haben wir hier auch noch Doppelknall, Explode, The King, Fire Event und so weiter und so fort. Ja. Einen genauen Überblick werdet ihr dann in meinem Gesamt-Sortiment-Video, was danach folgt, wenn die Unterbestellung auch da ist. Sehen. Und bis dahin viel Spaß und ich hoffe euch hat meine diesjährige Einkaufstour gefallen. Lasst ein Like da und über einen netten Kommentar würde ich mich freuen. Bis dann und wir sehen uns dann nächstes Jahr bei der Discounter-Tour wieder. Peace Leute und habt Spaß an Silvester.